Hallo ihr Selbermacher! Heute mal ein Video aus meinem Büro und zwar wollte ich euch zeigen, wie ich zurzeit Geld spare. Dazu nutze ich das Cashback Programm von Elite Bonus. Wie einfach das geht und man da mitmachen kann, zeige ich dir jetzt. Also bleibt dran! So, jetzt sind wir mal auf der Seite. Im Moment gibt es auch 3€ Startguthaben, wenn man sich anmeldet. Und hier unten sieht man schon die ganzen Shops, die hier mitmachen. Insgesamt sind es über 1167 Shops, wo man Cashback zurückkriegt. Außerdem gibt es hier jede Menge Gutscheine, wie man sieht. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich jetzt noch schnell. So funktioniert es. Also man tut sich anmelden mit seiner E-Mail Adresse. Und dann tut man einen Shop aussuchen, klickt den an. Und was dann ganz wichtig ist, dass man immer die Cookies akzeptiert. Damit der Shop nachverfolgen kann, dass man über Elite Bonus kommt und somit sein Cashback bekommt. Und Elite Bonus behält sich einen kleinen Teil von dieser Provision und der Rest geht an einen selber. Und ja, ich log mich jetzt mal schnell ein. So, ich habe mich jetzt mal angemeldet. Hier sieht man ein Guthaben, wo ich schon 100% zurückkriege. Die 7,06€, das ist noch in Bearbeitung. Das kann man auch anklicken. Das sieht man hier. Lieferando. Wenn man Pizza bestellt, gibt es 46 Cent. Auch nicht schlecht. Aber wenn man 50 Mal im Jahr Pizza bestellt, sind es auch 25 Euro. Dann hier bei Autodok etwas zurückgeschickt. Deswegen gibt es die 1,60 nicht. Hier bei Ebay. Es kommt immer darauf an, wo man bestellt. Es gibt manche Sachen. Bei Ebay ist glaube ich nur 1% Cashback. Und dann gibt es aber andere Sachen. Das sind 12% Cashback. Mal hier gucken. Themenwelten. Das gibt es auch zu allen möglichen Themen. Hier Versicherung. Das gibt es bis zu 35 Euro. Beim Expert 2,25%. Und ja, es gibt es einfach zu jedem Thema. Schmuck, Parfüm. Egal was. Kleider. Und jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert. Jetzt gehen wir auf TUM zum Beispiel. Hier gibt es 5% Cashback. Und man muss jetzt einfach, wenn man dort einkaufen will, jetzt Cashback sichern. Anklicken. Und dann wird man weitergeleitet. Wenn jetzt ein Feld kommt wegen Cookies, dann muss man die einfach akzeptieren. Und ja, ansonsten kann ich jetzt ganz normal einkaufen. Und kriege dann die 5% hier auf meinem Elite Bonus gutgeschrieben. Innerhalb von 24 Stunden wird es vorgemerkt. Und dann wünsche ich dir viel Spaß beim Sparen. Ich mache den Link in die Beschreibung. Und ja, bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.